Das schwarze Äntchen ist auch wieder da! Okay, ihr habt bestimmt gemerkt, dass es in letzter Zeit kaum Videos von uns gab. Mir? Das hat auch einen Grund. Eigentlich sind es zwei Gründe, aber das ist ja auch egal. Ich werde euch nämlich nicht von denen erzählen. Haha, die könnt ihr gefälligst selber lesen, steht alles ganz ausführlich auf meinem Blog. Link ist da unten irgendwo. Eins jedoch, muss ich euch sagen. Es geht zum Teil darum, dass ich einen neuen Kanal machen möchte, weil Mr. Dummy 1.4.2 doch eigentlich blöd klingt. Hm. Es gibt da jedoch ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll und deshalb brauche ich euch. Und es gibt so ein paar Möglichkeiten, die ich mir so erdacht habe. Nämlich... Ihr habt das Studios. Ihr habt das Creative. Ihr habt das Creations. Und das... Wenn euch hier doch noch etwas ganz anderes einfällt, was ihr viel viel besser findet, dann schreibt es mir unten in den Kommentaren. Und wenn ihr echt, dann schreibt ihr bitte euren Favoriten von denen hier eingeblendeten Dingsis unten in die Kommentare. Das ist sehr wichtig, bitte. Also ich hätte bitteschön gerne viele Stimmen. Und jetzt habt ihr Zeit, euren Favoriten in die Kommentare zu schreiben. Ja, jetzt! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Und wenn du jetzt unten nichts geschrieben hast, dann bist du dem Tode gemeint. Gut, und damit ihr von diesem Video jetzt auch noch was habt, hier eine Aufnahme von Bacon! Und jetzt ist schon zu Ende! Und jetzt ist das Video zu Ende! Da! Da! Brauch ich euch! Ja, dich auch. Na, dich nicht. Aber dich, ja. Na, gut. Dich nicht. Dich! mischa Marcelin